Von Herkules-Säulen bis zu einem Kuhstall. Hier kommen drei verrückte Orte in der sächsischen Schweiz, die du mit Expo findest. Nummer 1, die Herkules-Säulen. Diese beeindruckende Felsformation ist wie aus einer griechischen Mythologie. Denn genau wie bei Herkules ragen auch hier zwei riesige Säulen aus dem Boden. Nummer 2, das alte Gaswerk Rensko. Hier findest du einen echten Geheimtipp, denn mitten in einer Schlucht steht dieses alte Gaswerk und macht den Ort zu einer mystischen Filmkulisse. Nummer 3, der Kuhstall. Hier erwartet dich nicht nur ein verrückter Name, sondern auch ein riesiges Felsentor und ein atemberaubender Blick über die sächsische Schweiz. All diese Orte und viele Snuffins mit der Explore-App folgt uns für mehr.